Geh nicht. Geh nicht. Egal. Digga, es funktioniert. Ihr labert scheiße, Chat. Wie soll man das schaffen? Fick, mein Arschloch. Was? Fick, mich. Fick, was? Was? Digga, wie weit noch? Es geht, Bruder, wie will man das Time-Chat? Es geht nicht. Also, das ist geistkrank. Geht nicht. Geht nicht. Es ist nicht möglich. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. So wie ich es gemacht habe, hat es funktioniert. So mache ich es jetzt auch. Ich habe noch selber was. Hä? Warte mal. Vielleicht habe ich das Jet. So hoch und dann schubst mich dieses Rad da rein. Irgendwie so. Ich mache einfach so einmal durch. Dann schubst mich. Yo, Mimi, I love you one day. Was ist gottlos? Wie soll man das schaffen, frag ich mich, wirklich. Ist die Musik leise? Oh, so war gut. Ah, schade. Oh, schade. Digga, die Map macht nicht mal Bock. Es funktioniert nicht. Ich glaube, mein Character-Bug. Jetzt ehrlich, bei mir hat es noch nicht einmal funktioniert. Es funktioniert nicht. Guck mal, es backt. Mein Charakter-Bug. Bug! Bug! Bug, ich kann nichts machen. Spack! 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 Ich war genau am Ende der Kante. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Guck, hier, guck. Genau da war ich. Hä? Ne, es geht nicht. Spack! 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 Ein ekelhafter Jump, ein ehrenloser ekelhafter Jump, ey der war sogar gut glaube ich. Okay, 30 Sekunden noch. Alles klar oder wie oder was? Die Map ist wirklich gottlos. Ein wichser wer das gebaut hat sage ich. So the tower will be a tower will be a tower. Okay, bin ich gespannt. Jetzt kann ich schon nicht mehr schaffen wenn ich also wenn ich den Sprung einmal verkackt habe. Also ich muss den ich muss den sozusagen in zwei stücken machen. Sonst schaffe ich das nicht. Also ich muss den so und dann so. Oh mein Gott. Das war perfekt. Ich habe sogar X gedrückt. Wie kann das sein, Digga? Wie, Junge? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Okay, wie mache ich den Jump? War nicht schlecht, Digga. Das ist halt auch ein Buster Jump, ne? Aber ich muss erstmal den lernen. Aber ist der erste Part am schwierigsten? Oh mein Gott, Digga. Och Digga. Der Rest ist viel RNG. Oha. Das ist zum Beispiel Kacke. Wie bei Reapers deiner Holzmap. Das war auch alles RNG-Kacke. Frage ich. Was, Digga? War da eine unsichtbare Wand? Ne, oder? Alles RNG-Ball und Scheiß-Maps. Keine mit Skill. Michsp McCarthy. Was ist das für eine Scheiße? Okay. Das ist halt richtig schwer, ne? Boah, Digga, wie schwer ist dieser Jump? Alter. Okay. Nee, der ist zum Beispiel... Der ist noch nicht RNG. Bis jetzt ist noch nichts RNG. Ich call's, wenn's RNG wird. Wenn irgendwelche Dinger mir entgegenkommen oder sonstiges, was ich nicht beeinflussen kann. Dann wird's RNG. Moin, Danny. Welcher Timer? Wann ich die Map schaffe? Ich hab gesagt, eineinhalb Stunden. Was ist mit Miki? Da muss ich gucken. Ich bin heute erst angekommen. Ich war in fünf verschiedenen Städten. Mal gucken. Oh, fuck, Digga. Alter. Ich weiß nicht, ob er aufgelegt hat. Digga, was ist das für eine Scheiß Map, Mann? Es fuckt mich auch so ab, dass man nicht jedes Mal diesen Ding stoppt. Äh, diesen, 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 diesen Scheiß Jump schafft. Was ist das für eineissent Ängel? Ach, Digga. XOP WASS Ach, Digga. Ach, Digga. Digga, ich merke gerade, ich bin heute angekommen, es wird wirklich richtig hart mit, äh, mit Durchzümen. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Digga, aber ich bin doch am Ende gesprungen, Chat, das ergibt doch gar keinen Sinn. Der ist ja sogar hochgesprungen. Hier. Das ist doch am Ende, hä? Ja, erhitte mich. Boah. Digga, der Sprung ist der größte Hurensohnjump, äh, Jump. Das ist real talk. Der Sprung ist der größte Hurensohnjump. Aber ich glaube, ich habe es mittlerweile. Wenn dieses Bastard-Ding halt nicht kommt, ne? Ach, Digga. Komma, das ist, das ist RANOM! Digga. Warum geht es nicht? Digga. 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 Und sie ActOTT. диَ Kann ich auch X festhalten Also komplett festhalten Das Game ist eine reine Katastrophe Muss ruhiger spielen Am besten Muss ruhiger spielen F**king sleeper man Ach, Digga. Ja, aber warum die Map, also wirklich, stresst auch komplett rein. Aber die Art und Weise von den ersten Sprüngen ist so respektlos. Mal gucken. Oha. Oh, das war so gut eigentlich. Ich muss komplett am Rand, glaube ich. Oh, schade. Oh, schade. Eigentlich geht's klar. Es ist wirklich hart, Digga. Okay. Das war so knapp Schade Aber ich hab den Sprung auf jeden Fall drauf Och Digga Also den Hammer, den ich da hinten sehe, der schmeckt gar nicht, ne? Was? Mann Was? Ich bin doch... Digga, er hat einfach keinen Bones mitgenommen Das ist so crazy Er hat einfach keinen Bones mitgenommen Er hat einfach keinen Bones dieser sprung ist der wird alter dieser sprung ist wirklich der wird dieser sprung ist der wird denn ist auch so einer ich glaube er hat einfach jeden jump schwer gemacht also nicht mal so zwischendurch so ein leichten oder so man kann sich da nicht festhalten oder kann man sich noch festhalten an diesen stangen ich glaube nicht okay ja der anfang geht mittlerweile mal hier hier zuguckt man kann sich nicht festhalten ich weiß nicht wie ich den sprung machen soll das habe ich mittlerweile drauf aber fast vielleicht später hechten maybe kann sein später hechten kann sehr gut sein später hechten wie we got to where we started oh mein gott danke für die 17 Monate mein Bruder ich bin gespannt first try maybe mapcode mods ach digga wie kann das also das ist also es ist es ist sehr sehr schwer ne guck mal das wärs gewesen zum beispiel glaube ich so einmal rum boah wie schwer oh mein gott ist wirklich sehr sehr schwer ich muss irgendwas mit der Kamera machen das weiß ich aber keine ahnung wie man das macht ok da muss ich wahrscheinlich drauf hechten ok das ist auch wieder ein kranker jump letzter moment abspringen hechten und dann mit diesem ding rüber ok check ich ok check ich check ich check ich wir werden immer besser das check ich nicht das ist das check ich nicht warum denn ich mit bounce ach digga ich bin ja so ich bin normal gesprungen ohne bounce das ist ja so da packts sag ich guck guck so 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 was Ah! Ah! Schwer. Ja, Chat, ich lerne ja auch die ganze Zeit. Also... Ich finde am Anfang nicht so schlimm. Später... Also... Da vorne mit diesem Hammer rüber. Das, was ich da gesehen habe, ist crazy. Oh mein Gott. Ah! Wie kann ich eigentlich? Ich... Fuck. Oh! Schade. Oh! Die Map ist wirklich sehr, sehr hart, Digga. Wut der Frage aus? Oh! 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 Also die Map ist wirklich hart, Digga. Wie viele? Gibt es Checkpoints, Jet? Wenn ja, wie viele? Zwei Checkpoints, okay. Oh mein Gott, wie schlecht! Fuck, jetzt habe ich zu viel Speed irgendwie. Ach, Digga. Mann, Digga! Ach, Digga! Was ist das? Was? Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Der Sprung, merkt euch den, das ist verbuggt, weil ich springe, aber ich krieg kein Jump hinzugefügt mäßig. Ich krieg kein Jump hinzugefügt, also ich springe ganz normal, ohne dass ich so einen Bounce bekomme, das ist verbuggt. Benny, seine Map ist verbuggt. Es gibt einen Challenge im Discord, du kommt den Vorschläge, wenn du da Bock drauf hast. Aber die Map, also vom Fun-Faktor her, wohnenlose Map. Die Sprünge machen keinen Spaß, jetzt sind wenigstens irgendwelche Rutschen oder so eingebaut. Kack, Map. 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 Ein BUCK! Es ist ein BUCK! Es ist wirklich ein BUCK! Ich mach nicht mal Jokes! Du schaffst das schon unter 13 Stunden! Es ist ein BUCK! 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 Schick mal einen Arschloch, bitte. Okay, let's go. Also, guck mal. Ich glaube, ich werde diese Map nicht zu Ende spielen, weil, ich sag euch warum, ich habe ein riesen Problem damit, einzuschätzen, wann dieses Rad funktioniert. Ich kann es, ich kann es einfach nicht. Es war wie bei dieser Reapers Map, ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht einschätzen, wann dieses Rad Dings und dann ist es einfach nur so ein random Ding. Ich habe das schon auf der Reapers Map von 5 Meilen, vielleicht zweimal geschafft. Nichtig, die Map. Ja, der Reapers Map habe ich hier auch geschafft. Ja, stimmt eigentlich. Geist. Das ist krank. Das ist krank und pfeift. 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 Uh-huh. ich glaube ich dass du es es passt gerade ich weiß nicht warum aber beim ersten schweig schaffe ich es immer ja 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 Jaaahhh Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ich kann ich kann ich kann das nicht teilen mit diesem hammer ich muss einfach random rausspringen oh mein Gott es ist wirklich schwer mein leben mann ich bin gesprungen ich habe einfach kein bounce bekommen das ist verbuggt und das ist nicht nur einmal vorgefallen das ist ein verbuggtes Drecksding hier das ist so eine Lacher Map mach nur eine eigene Map dann können die auch die ganzen Wichser sich da rein hocken das war doch perfekt das ist ein verbuggtes das ist ein verbuggtes das ist ein verbuggtes Zon, zon, zon Nrp rein, sagt ihr? Boah, die Map ist es aber auch nicht, sage ich Die raubt auch so viel Energie, finde ich Dinger, die Map ist viel zu schwer Ich bin noch nicht einmal weitergekommen Ich will wenigstens bei diesem Hammer einmal weiter, damit ich den Checkpoint einmal habe Aber nicht mal da kommt man hin Och, Mann Och, Digga Guck mal, das ist ein Fehler vom Spiel Oh mein Gott Es ist so schlecht, diese Buster Also wirklich Okay, let's go Guck dir das an Guck dir das an Guck dir das an Ja, ja, ja Fick deine Mutter Guck dir das an Na Das war's für heute. 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 Das war's für heute.